Betrachtung des jungen Geschlechts. Rosig und sanft. Kaum geädert, aufspringend in seiner Hand. Ich musste von ihm besessen werden. Ich konnte ihn nicht hergeben. Bitte, bitte schlaf mit mir, bitte. Nicht teilen. Du bist ein Kamikaze, weißt du das? Ein Krebs, der aussäßig Homosexuelle trifft. Das Virus erhebt sich zwischen unseren Körpern, die ein Gespenst. Ich werde leben. Sie werden sterben an dieser Krankheit. Bist du mein Freund? Böse, wer ihr seht? 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 Vielen Dank.